Hallo und herzlich willkommen bei Let's Get Voting. Ich bin Steve Holliday, Erfinder von Let's Get Voting. Vielen Dank, dass ihr hier vorbeischaut und einen Blick auf die Plattform werft. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Finde ich das einfach super und ich hoffe, ihr auch. Schaut euch mal um, klickt und probiert mal rum und schaut, ob es euch gefällt. Wenn es euch gefällt und ihr seht das Potenzial, gebt euren Freunden Bescheid, euren Familien. Je mehr, desto besser. Bitte. Schaut euch mal die Videos an, die ich für euch zusammengestellt habe. Leider nur auf Englisch und Spanisch. Damit ihr besser seht, worum es geht, wie das alles hier funktioniert und wie ihr auch am meisten Nutzen daraus ziehen könnt. Und hoffentlich bald haben wir das nächste soziale Netzwerk. Vielen Dank nochmals. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen.